Ich finde es sehr cool, dass du überall gleich reinschauen kannst und einen kleinen Eindruck kannst. Du bekommst einen schnellen Überblick über diverse Themen. Es ist eigentlich fantastisch, was ich in den zwei Stunden jetzt alles gehört und sehe. Es ist unkompliziert, das Format. Es ist eigentlich ein Partner, der etwas verkauft möchte, aber diesen Druck hast du nicht immer. Es ist sehr entspannt. Mir gefällt sie. Ich finde sie wirklich lässig. Ich finde sie locker. Es ist eine gute Atmosphäre. Es ist eine coole, fortschrittliche Firma. Die sind sehr cool, wie du siehst. Ich bin immer dabei.